Heute ein paar Gedanken zu einem Vers aus dem Lukas-Evangelium. Einer aber von ihnen, da er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Das ist das Ende einer Heilungsgeschichte, aber ich möchte diesen einen Vers dazu nutzen, ein paar Gedanken zum Umkehren, ihn mit auf den Weg zu gehen. Umkehren ist ärgerlich. Eine Strecke, die man schon geschafft hat, wieder zurückzugehen, das macht niemand gern. Umkehren ist schmerzlich. Eine falsche Entscheidung, einen verkehrten Weg, kantfeste Fehler eingestehen, das fällt nicht leicht. Umkehren ist schändlich. Scheitern zugeben, Unrecht haben, vor die Wand gelaufen sein, in einer Sackgasse festsitzen, das sind nicht gerade die Ehren, die wir suchen. Umkehren ist befreiend. Die Weichen des Lebens können noch einmal neu gestellt werden. Die Züge müssen nicht zwangsläufig ins Verderben fahren. Umkehren ist beglückend. Einen Weg, der in den Abgrund führt, zurückgehen, sich neu orientieren und die richtige Richtung wählen, das ist ein großes Glück. Umkehren ist lebensrettend. Wenn man einem Strom, der in die Tiefe stürzt, gerade noch entkommt und das rettende Ufer erreicht, bevor es zu spät ist, das ist wie neu geboren sein. Wendepunkte sind die besten Punkte auf einem Lebenskreis. Wenn wir uns verbiestert und verirrt, verlaufen und verbockt haben, wenn wir uns in Selbstmitleid oder Groll, in Bitterkeit oder Hass, in Verzweiflung oder Trotz verstrickt haben, umkehren und noch einmal beginnen, das ist eine wunderbare Chance. Vielleicht haben Sie beide Varianten von Umkehren schon einmal erlebt. Ärgerliche, wütende, befreiende. Umkehren, das können wir immer wieder neu. Gott hat uns dazu eingeladen, umzukehren und immer wieder neu uns auf ihn hin auszurichten. So wie der Geheilte in der Heilungsgeschichte mit Jesus. Ich wünsche Ihnen Mut und Kraft zum Umkehren da, wo es notwendig ist. Und vielleicht auch einen etwas freundlicheren Blick auf die Chancen des Umkehrens. Bleiben Sie behütet.